Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu der Fresh neuen Folge Lucky Race. Heute auf der Brandneuen Map Pokémon. Ich wünsche euch super viel Spaß mit dem Video. Let's go! Jawohl, Leute, wir sind auf der Map Pok- Wow, alter Killer, Randy. Kleiner Schla... Also, ob der immer noch lebt? Bam. Okay. Wir sind auf der Pokémon Map, die ist gestern Abend erschienen. Also, die gibt es, glaube ich, jetzt noch nicht mal. 24 Stunden. Also, brandneu, das ganze Ding. Ich weiß selbst noch nicht, ob es hier auf der Map ein Secret gibt. Also, keine Ahnung. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt Zeit haben werden, in diesem schnellen Kurs, weil da irgendwie das Secret herauszufinden. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal schauen, ob es auf der Map hier was Tolles gibt. Außerdem gibt es auch noch ein Food. Eine Food Map, die auch sehr gelungen ist. Die ist auch sehr, sehr neu. Gold-Map, sehr schön. Die könnt ihr euch auch mal anschauen. Dort gibt es auf jeden Fall ein Secret. Und ich habe auch schon einen kleinen Tipp für euch. Bei der Food Map ist das Secret am Ende. Na, am Ende. Ja, ungefähr am Ende, würde ich sagen. Nicht genau am Ende, aber ungefähr am Ende. Das ist schon ein guter Tipp, Leute. Da war meine Stimme kurz weg. Verdammt nochmal. Leute, ich habe natürlich ein Randy MC Video. Gab es schon super lang nicht mehr. Und vier von euch haben sich das gewünscht. Und ich will ganz kurz sagen, wieso, weshalb, warum das denn so ist. Ich muss ehrlich sagen, und ich will jetzt natürlich ungern mein eigenes Netzwerk schlecht reden, Die Spielmodi sind cool. Das sind coole Ideen. Leider ist es nicht so gelaufen, wie es mir vorgestellt hatte. Die Drops sind jetzt schon ein bisschen älter. Und die Maps sind übrigens mega geil. Absolut. Die Kids sind ein bisschen älter bei Lucky Wars. Und insgesamt muss ich sagen, die Modi, das Netzwerk gibt es jetzt halt schon sieben Monate. Und in diesen sieben Monaten kam kein neuer Spielmodus. Das ist doof. Deswegen finde ich es umso geiler, dass immer noch ungefähr 700 Leute abends von euch da zocken. Auf dem Netzwerk finde ich sehr, sehr geil. Weil dafür, dass es halt wirklich so ewig keinen neuen Spielmodus gab, Ich habe aber gute Nachrichten. Beziehungsweise ich habe schlechte Nachrichten, die aber gute Nachrichten sind. Ich weiß auch nicht. Es ist nämlich so, ich erkläre das mal ganz kurz, Wieso so wenig jetzt, wieso wir so viele Probleme hatten oder haben. Und wieso nichts vorangeht. Das ist im Grunde schnell erklärt. Es gibt ein Backend. Dieses Backend ist quasi, ihr müsst das jetzt nicht wissen, was das ist. Das ist einfach so das System hinter dem Netzwerk. Das heißt, jeder Server hat das. Und der managt alles. Eure Freundschaften, die Buns, die Reports, die Hackmeldung, ob ihr in der Lobby tippet werdet. Dass ich jetzt diesen Coinblock hier öffne zum Beispiel. Alles wird darüber gemanagt, über das Backend. Unser Backend war ganz okay. Am Anfang des Servers, wo noch keine Einträge in den Datenbanken waren. Jetzt gibt es aber über Millionen Einträge, eure Freundschaften, wie viel gebannt wurden, wer wann wie wo gebannt wurde. Wer wie viel Coins hat, wer wie viel Kids sich wo wie wann was gekauft hat und so weiter. Einfach tausend Sachen, Leute. Hey, Bisasam, Bruder, wie geht's dir alles gut? Und ja, das ist eben so diese Sache. Jetzt läuft das Netzwerk scheiße, weil das Backend scheiße ist. Das wissen wir halt erst jetzt, weil wir erst jetzt diese Datenbank Einträge haben. Auf jeden Fall ist das Netzwerk komplette Grütze. Wir haben aber neue Devs. Und diese neuen Devs arbeiten jetzt schon seit ungefähr vier Tagen an dem neuen Backend. Und hier ist eine relativ schwere Passage, habe ich mir sagen lassen. Aber bisher habe ich ganz gut durchgekommen. Schwer, Leute. Ich als Jump'n'Run. Nein, okay, ich bin mega scheiße in Jump'n'Run. Aber ich gebe mein Bestes. Oh, wenn ich hier durchkomme, bin ich schon ein bisschen stolz auf mich. Oh, das sieht gut aus. Yo. Yo, ich bin durchgekommen, Alter. So geil. Ja. Wir arbeiten eben an einem neuen Backend. Ich schätze, dass da Shiggy ist. Aber außerdem schätze ich auch, dass es ungefähr drei Wochen dauern wird. Oh, Giftstern ist sehr, sehr geil. Ich schätze, dass es drei Wochen dauern wird, bis wir das neue Backend am Start haben. Ab diesem Zeitpunkt, wenn das neue Backend online ist, wird es keine Lags mehr geben, wie aktuell. Es wird keine Verbindungsprobleme mehr geben, dass man nicht auf das Netzwerk kommt, wie aktuell. Es wird außerdem auch keine Downtimer geben. Das Netzwerk war jetzt in letzter Zeit doch ab und zu mal down, muss man leider sagen. Das wird es alles nicht mehr geben. Das Netzwerk wird einfach perfekt smooth laufen. Und jetzt Information zum neuen Spielmodus, zu School 2, was bei der Weih im Mittelalter spielen wird und auch nicht School 2 heißen wird. Ihr hattet euch ein Mittelalter gewünscht, bekommt ihr natürlich. Ja, bei School 2 ist es so eine Sache. Soweit wir diesen Modus rausbringen, weil der Modus ist wirklich... Also, ich will jetzt wirklich nicht wieder so selbst das loben oder meine Devs so krank loben oder so. Aber ohne Witz, Leute. Es ist eigentlich der beste Spielmodus, den ich seit Monaten in Minecraft gesehen habe. Das ist einfach... Also, mir persönlich kann ich versprechen, dass es jedem von euch gefällt. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht sagen manche von euch auch, Digga, was ist das für eine Scheiße? Da spiele ich lieber Bad Wars ESL oder so. Alter, was hat das für einen Sprung von mir? Da kann ich natürlich nicht für jeden sprechen. Aber ich spreche halt für mich, weil es einfach eine kranke Abwechslung ist. Es ist was... Ich würde nicht sagen komplett Neues, weil es basiert ja schon auf School 1. Aber es gibt einfach so viele geile Features und so... Es ist einfach saugeil, Leute. Ich feiere das mega und ich habe super Bock drauf. Ich zähle die Stunden, bis ich endlich diesen Modus aufnehmen darf. Und... Oh, das Ziel! Also, wie krank wir uns ab... Hey, wie krank wir uns abgesetzt haben. Schaut mal, ob ich die mir das erste Mal gespielt habe. Ich lasse Ihnen noch ein bisschen Zeit, Leute. Da können Sie sich noch ein bisschen nice and stuff holen. Ähm, ich öffne hier gechitty Lucky Blocks. So. Und jetzt gehen wir mal auf das... Blub! So, ich kann mir vorstellen, dass es hier ein Secret gibt. Ich weiß es aber nicht genau. Problem ist, dass ich jetzt erst mal Zeit brauche, um mich auszurüsten. Sehr schön! Die erschert mit Schäfer ein. So haben wir es uns gegettet. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben einen Goldapfel. Wir haben des Weiteren Giftsternen. Die sind nicht zu verachten. Wir haben außerdem ein Feuerzeug, was ebenfalls nicht zu verachten ist. Und das war's. Und jetzt gehen wir mal zum Secret auf dieser kleinen Deathmatch. Nämlich hier hinten. Da sind so Dreck... Nein, der hat sich schon geholte Schwein. Giftstern! Bam, hat er beide getroffen, Mann. Das war der Money-Giftstern. Yo! Der ist ein bisschen am Lenken, Alter. Was ist denn los mit dir? Yo! Gekillt, nice. Okay. Oh nein, der hat sich das Secret nicht geholt. Hey, der war aber doch da an der Ecke, oder? Feuerblume. Hey, wir haben ja auch die Feuerblume. Wow, Alter! Okay. Giftsterne gekontert. Alter, als ob der so nice getroffen hat, der Giftstern. Yo, wie viel der mir abzieht. Bitte was? Davon lassen wir uns nicht unterkriegen von diesem einen Death, Leute. Ich hab halt leider nur ne Eisenhose. Ich kann mir... Ich hab halt auch nicht genug Dias, damit ich mir irgendwie was Cooleres craften kann. Ist aber kein Problem. Der neue Modus, ich weiß, ist ein bisschen abgehackt grad. Hä, versteckt sich da hinten etwa einer? No. Ich hab mich verguckt. Ähm. Der Ansturm wär so krass bei diesem Modus, dass... Selbst wenn wir nur 1200 Spieler hätten... Also selbst dann wär's kritisch. Yo, Alter. Nice getroffen. Hey, das war doch der, den wir gerade schon mal vergiftet haben. Der Rabauke. Blum. Wow, Alter. Nice Kombo. Mann, wie krass man tankt mit so ner Dia-Rüstung. Ist ja nicht mehr normal. Ähm. Okay. Da laufen zwei Rabauken hier. Da mischen wir uns, denke ich mal, aber schon gekonnt ein. Diesen Ansturm von 1200 Spielern würden wir halt niemals aushalten. Der Server würde so krank zusammenbrechen. Und jetzt kommt da einer abstauben. Ist das dein Ernst? Jo, der hat einfach abgestaubt. Hey, das war der, den wir gerade schon zweimal gekillt haben. Jo. Okay. Ähm. Der Doktor Prinz. Es kann nur einen Doktor geben. So, ich weiß nicht. Gladiator Potion und Lucky Potion. Ich nehm mal die Gladi... Ne. Jetzt nehm ich ein Goldapfel. Nom, 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 nom. Und jetzt nehm ich die Gladiator Potion. Er will trotzdem fighten. Okay. Okay. Soweit ich weiß, gibt die Gladiator Potion Stärke. Das hat... Ja, okay. Sie gibt auf jeden Fall Stärke. Wow. Hoho. Eioho. Habt ihr die Combo gesehen? Ja, was machst du denn dabei, Lieber? Ich hole mir das erste Mal seine Rüstung hier. Der, den nehme ich, glaube ich, voll Lucky. Ey, Alter. Der kräft mich ja instant an. Hoho. Alter, wir geben aber nice hits. Problem ist, der hat uns jetzt die ganze Rüstung geklaut. Mann, wir hätten ne Dia-Hose gehabt. Ey, Mann. Immer schön das Inventar leer machen. Ich hab so viele OP Potions. Gebt euch das mal. Ist ja nicht mehr normal. Schärfe 1. Okay. Ist genauso gut wie unser Dia-Schwert. Heißt aber Lucky Sword. Deswegen nehmen wir das mal, weil es einfach cool ist. Ähm. Also kurz, um das zum Schluss zu bringen. Den neuen Modus wird es leider erst geben, wenn das neue Backend da ist. Das heißt, rechnet mal so mit drei Wochen das neue Backend. Dann so eine Woche bis zwei Wochen, bis der Modus fertig ist. Ich freu mich so krank auf diesen Modus, Leute. Dies ist so krank. Ich freu mich einfach drauf. Es wird so geil. So. Wir haben hier diesen Gladiator Potion. Okay, hier versteckt sich anscheinend einer. Wir trinken die mal sicherheitshalber. Der Dr. Prinz, oder wie? Nee. Der Rabauke. Komm her. Ich schätze mal, das ist dein letztes Leben. Ja, ist es auch. Ich hab Stärke, weil ich so viele OP Potions habe. Der hat doch ne Dia-Hose, oder? Oh, Alter. Den Rest brauchen wir nicht. Davon wird gekämpft, Alter. Rein da. Gipssterne. Yo. Alter, die Gipssterne haben so reingeballert. Oh, der hat eine Lucky Chestplate, Leute. Oh, die können wir zusammenlegen. Ich hab zwei Level. Kann man mit zwei... Lucky Potions? Ich hab so viele OP Potions. Schwert Nummer eins. Schwert Nummer zwei. Oh nein, das kostet vier. Och Mann, oh, wir hätten vier Level gebraucht für das ultimative Lucky Sword. Egal. Wo sagt der Kompass? Müssen wir hin? Äh, hier müssen wir hin irgendwo. Ich hab so viele Tränke, Leute. Ich nehm einfach mal die Lucky... Oh, da ist schon einer. Zünden wir an. Der hat Vergiftungssterne und den Pupstick. Aber er macht uns... Wir geben echt nice Hitze. Oh. Okay. Ab zum nächsten. Da ist schon gleich der nächste. Wichtelwusel. Anzünden. Burn, Baby. Oh, wir könnten sterben. Na? Boah, das war aber schon relativ knapp. Okay, was hat er hier für nice stuff gehabt? Ich würde sagen, so eine Heilpotion ist halt schon auch nicht schlecht. Oh, eine Angel. Ich bin natürlich bekannt als sehr guter Angelspieler. Haha. Ne, war ein Joke. Ich bin mega scheiße mit der Angel. Okay. Ähm, wo ist... Wo sind denn die Gegner? Hier hinten. Äh, der hat noch einen neben... Da ist meine Stimme gleich weg, Leute, weil ich so viel rede. Aber für euch doch immer gern. Dr. Prinz. Wie gesagt, es kann nur einen Doktor geben. Auf Randy MC. Jetzt hab ich mich grad kurz verdrückt. Das ist der ganze nice Effekt weg gewesen. Tut mir leid. So, wir nehmen eine Gladiator Potion. Ich hätte jeden Kill mit so einer Potion machen können. Es ist ja nicht mehr normal. Ich weiß genau, wo er sich versteckt. Hier ist nämlich ein... Ich nehme einfach beide Potions, Leute. Gebt euch die Effekte. Let's go. Yo. Alter, vergiftet hat die Sau mich. Yeah, Baby. Dr. Banks hat das Rennen gewonnen. Die Lucky Race gewonnen. Ich hoffe euch... Nice Hacks vor allem. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Däumchen da oben da. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren. Dort und darunter auch coole Videos anklicken. Also, favorisiert, abonniert, Krims, Krams. Wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.